Bad Dambang, Provinz Die Provinz Bad Dambang liegt im Nordwesten Kambodschas. Aufgrund ihrer guten landwirtschaftlichen Ressourcen wird sie auch als die Reisschüssel des Landes bezeichnet. Angeblich kommen auch die besten Orangen des Landes aus dieser Region. Die Stadt Bad Dambang ist durchaus eine Reise wert. Wer von Simriyeb nach Phnom Penh reist und die extra Zeit mitbringt sollte ruhig diesen Umweg einplanen und die Ruhe nach dem hektischen Simriyeb genießen. Die Bootsfahrt von Simriyeb nach Bad Dambang entlang des Flusses Sanka ist sehr reizvoll, wenn auch manchmal abenteuerlich. Die recht flache Provinz lädt zu Landausflügen ein, so zum Bad Eka, dem Phnom Sampo oder dem großen künstlichen Seekamping Poi. Regionenadministrativ gliedert sich die Provinz in die 13 Distrikte Bennern, Makol, Bad Dambang, Bawel, Ekabnom, Mongrusai, Rotanagmondol, Sanké, Samlu, Sampoflaun, Phnombrück, Kamrien und Koskrala. Orte Hauptstadt der Provinz und zweitgrößte Stadt des Landes. Im Regelfall beliebt für zwei Nächte, da das gängige Ausflugsprogramm tagesfüllend ist. Kleine Stadt südlich von Bad Dambang an der Nationalroute 5, in der aber nichts weiter zum Verweilen einlädt. Weitere Ziele de facto ist Bad Dambang der einzige Ort der Provinz mit Unterkünften. Alle ländlichen Sehenswürdigkeiten sind daher als Ausflug von der Provinzhauptstadt aus zu erreichen. Nähere Informationen dazu finden sich wieder unten, in dem Artikel zum Berg Bnom Sampo sowie dem Abschnitt zu den Ausflügen im Artikel über Bad Dambang. Camping Poi ist ein künstlich angelegter See ca. 35 km westlich von Bad Dambang. Während der Herrschaft der Khmer Rouge mussten hier Zehntausende von Menschen mit bloßen Händen einen 8 km langen Damm aufschütten. Viele starben an Erschöpfung und Hunger. Dieser Damm sollte Bestandteil eines riesigen Bewässerungsprojektes werden. Allerdings wurde es nie vollendet. Der See ist 6 km lang und 1,9 km breit. In der Regenzeit enthält er 110 Millionen Kubikmeter Wasser. Heutzutage ist der Ort ein beliebtes Ausflugsziel. Einmal im Jahr findet dort auch ein großes Fest statt. Der See ist saisonal bewohnt. Große Flächen sind mit Lotus bewachsen. Hintergrund Die Region gehörte zu Zeiten des Reiches von Angkor zu den wohlhabenden Gebieten des Herrschaftsgebietes. Die Territorien auf dem Gebiet der heutigen Provinz Bad Dambang nannten sich damals Amuga-Boriak und Kemaboriak. Das Land war fruchtbar und produzierte viel Reis, Obst und Gemüse. Hinduistische und buddhistische Tempel zeugen noch heute von der Zugehörigkeit zum Khmer-Reich. In den Wirren während des Niederganges des Reiches von Angkor zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert fiel die Region an das Königreich von Ayutthaya. Im 18. und 19. Jahrhundert stand das Gebiet unter siamesischer Herrschaft. Im Ergebnis des Konfliktes zwischen der Dritten Französischen Republik und Siam ging das Land 1867 an Kambodscha. Ein weiterer Vertrag im Jahre 1907 regelte die Grenzen erneut und gab Kambodscha seine heutige Form. In den folgenden Jahren gab es eine Reihe administrativer Neuorganisationen. So wurde beispielsweise die Provinz Simriep gebildet. In den 1960er Jahren wurde auch die Provinz Odaminse abgeteilt. 1986 folgte dann Bantyaminse. 1998 wurde Peilin, die letzte Hochburg der Khmer Rouge, eigenständig. Wirtschaftlich lebt die Region von ihrem starken landwirtschaftlichen Potenzial. 2006 wurden 536.830 Tonnen Reis produziert. Des Weiteren werden unter anderem Mais, Maniok, Süßkartoffeln, Bohnen und Chili angebaut. Ein zweiter Wirtschaftsbereich ist die Fischerei. Es gibt zwölf Fischereigebiete, die 2006 7.000 Tonnen Fisch produzierten. Hauptfang in der Regenzeit ist der Schlangenkopf-Fisch, Snakehead. Das Landwirtschaftsministerium ist um Nachhaltigkeit bemüht und versucht illegale Fischerei einzudämmen. Auf dem Gebiet der Provinz wurde 1993 das Sam laut Multiple Use Area eingerichtet, ein Naturschutzgebiet mit dem letzten Regenwald Westkambodschas. Hier leben auch noch wilde asiatische Elefanten. Seit 2006 kooperiert die Parkverwaltung mit den Sikwoyer- und Kings Canyon-Nationalparks in den Vereinigten Staaten. An Reise auf der Nationalroute in R5 gibt es einen öffentlichen Busverkehr von Sisyphun, beziehungsweise Polpet und Bangkok, sowie von Siem Riep und Phnom Penh. Von anderen Zielen wie Peilin fahren Pickups. Eine Einreise aus Thailand von der Provinz Chonburi über Land ist möglich. Der Grenzübergang Ben-Pak-Hartpeilin ist für Ausländer geöffnet. Eine Bootsverbindung besteht zwischen Bad Dambang und Siem Riep. Die Tour kann je nach Wasserstand bis zu sieben Stunden dauern. Der ist allerdings nicht mehr in Betrieb. Mobilität bis auf die Nationalroute 5 nach Sisyphun bzw. Phnom Penh sind die Straßen der Provinz miserabel. Ein geländegängiges Auto oder Motorrad kann durchaus empfehlenswert sein. Wer mit dem Motoduk oder Duk-Duk die Region erkundet sollte sich daher unbedingt mit Brille und Mundschutz gegen den Staub schützen, speziell auf Straßen mit viel Verkehr, wie die Routen nach Peilin. Aktivitäten Bad Dambang ist eine typische ländliche Provinz, wie der nördliche Nachbar, unbefestigte Wege, Dörfer, Felder und einige alte Tempelanlagen. Für spezielle Aktivitäten bietet die Provinz derzeit keine Möglichkeiten.